Hallo Minecraft, Willkommen zurück beim Minecraft Projekt. Ich habe unglaublich viel Zeit nichts gemacht. Zum einen bin ich im Moment ein bisschen krank, zum anderen hatte ich irgendwie wieder mal keine Lust und keinen Bock irgendwie was zu machen. Ja und daher kam es einfach, dass ich dann wieder in eine Inaktivität verfallen bin. Außerdem sind wir hier ja eingeschlossen im Neta. Wir haben es ja letztes Mal geschafft durch die Lava die von oben kam hier unser Neta Portal zu löschen. Und ja, so viel dazu. Wir haben eigentlich nur eine Möglichkeit. Äh, das wieder mit normalem Wege aufzumachen. Oder aber wir gehen Harakiri und sterben. Und ich habe das Gefühl, dass das einfach die beste Variante ist. Oder zumindest die schnellste. Ich hau mal alles raus hier, ja. Ich hoffe, dass es nachher noch da liegen bleibt, wenn ich dann wieder da bin. So, alles hier. Und dann, äh, gehen wir mal hier ins Verderben. Ähm, nein. So, a la, hier ist immer wieder. So. So, rein. Ich hoffe, dass das Neta Portal irgendwo da entsteht. Äh, sehr geil. Oben drauf. Sehr cool. Nein. Ach, Mann. Egal. Unerlegend noch unsere ganzen Sachen. Oh, ho, ho, ho. Folge Cheated, aber ist ja wurscht. Ist ja egal. Das wollte ich nicht. Nein. So wollte ich. Äh, hier haben wir noch ein bisschen mehr zurück. Ja, wie gesagt, äh, zuletzt einfach null Bock und motiviert. Scheiße. Und Motivation irgendwie was aufzunehmen. Nehme ich mir mal wieder vor, äh, mich zu bessern. Ob's klappt, das werdet ihr einfach in der nächsten Zeit sehen. Ich hab' auf jeden Fall vor, mehr Minecraft wiederzumachen, ja. Zuletzt gab's eigentlich kaum noch Minecraft. Aber das soll eben jetzt, äh, hier. Äh, wie kann ich denn die... Wie kann ich denn die reparieren, mit Eisen? Ah, ja. Kostet allerdings acht Level. Ja, na dann. Guck mal, wie viel Level wir hier rauskriegen. Treu. So, ja. Kostet vier. Ich hab' ja nicht mehr. Wie kann halt sowas für nichts. Äh. So, eisenkummer weg tun. Glowstone. Einmal zu rein. Einmal der Quar. Ja. Sonnenblatt Kiste das noch ein Pflanzen alles sehr friedlich hier muss ja natürlich wieder ein bisschen aufpassen sonst kommen da wieder stirb kommen hier wieder die Creeper an und machen mich platt darauf habe ich eigentlich keine Lust und nicht nur eigentlich sondern überhaupt nicht nicht dass es hier missverstanden wird wie gesagt ich probiere hier wieder ein bisschen aktiver zu sein ich hoffe dass sich vielleicht doch noch der eine oder andere meldet hier um mit zu spielen das macht das ganze natürlich ein bisschen attraktiver und auch ein bisschen mehr Spaß dann um um das Pferd gespawnt wir müssen ja immer noch acht Level fahren man stirbt doch einfach so acht Level fahren um hier die Spitzhacke wieder reparieren zu können ich bin gerade mal etwas überrascht was da hinten mit Cobblestone los ist hier hier da hat jemand Obsidian gemacht ist ja interessant ja am Anfang war hier ja Shadow TS und noch ein paar andere noch ein zwei andere Spieler mit dabei wir haben sich aber dann vergrümelt leidere nicht leidere die zum steigen sondern so so holen wir hier mal gerade noch ein bisschen Fleisch und irgendwo muss hier noch ein Mini zum hier hier habe ich verletzt oder was ist da los hei hei von 6 Level haben und da haben wir so einen süßen Hasen aber Prozent ja Zombies haben wir jetzt keine mehr und 6 Level reichen halt nicht was machen wir denn da was machen wir denn da oh ich muss euch sagen Leute ich bin immer noch krank und ich schwitze mir grad einen Asch ab ich sitz nur da und zocken bisschen aber ihr glaubt gar nicht was damit einem passiert ich ich spitz hier wirklich wie Bill Scheuer hier müssen auch noch ein Dach drauf sitzen ja 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 so ist das hier kein Platz kein Platz für nichts und Kohle haben wir wahrscheinlich nicht mehr wenn ich auch keine mehr doch hier ja 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 dann braten mal das hier auch noch vielleicht gibt uns das noch die letzten zwei Level ja hier das mit dem mit den Einwohnern ich weiß nicht glaub das funktioniert nicht so recht ich weiß nicht warum vielleicht habe ich irgendwas nicht bedacht dann muss das Haus auch 3 hoch sein wenn ihr das wisst dann schreibt es mal in sorry in die Kommentare dass ich das weiß hier ähm und dann sind wir nämlich mal weiter äh so äh die Erde können wir mal nur weg tun und das bisschen pro-daisen ich finde es generell schon ganz cool hallo das wir hier äh äh 1 8er Server äh 1 9er Server draus gemacht haben ähm 30 Papier 3 3 4 3 5 3 3 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 tritt Maulich pref tussen Unterstrahl okay es hat nicht gereicht für Prozent ich wollte zum Warton machen vielleicht haben wir oben nochoped vielleicht haben wir oben auch noch was was mir ein Level bringt wer weiß da schon so genau weil da oben war ich ja schon lange nicht mehr also zumindest nicht richtig also gehen wir da noch kurz kicken was da oben alles rumliegt komm ich die Tür hier auf das lässt doch Monster rein ein ja da haben wir doch noch einen Haufen Kuhle oh das ist ja fast nicht da haben wir doch einen Sattel ähm da haben wir einen Sattel ah und wie geht jetzt so ein und da haben wir sogar eine Rüstung aber jetzt war noch so ein Lassau ich habe hier kein da unten irgendwo das Pferd gewesen ist oder ähm ähm toll toll aber wie geht denn das egal wir nehmen es einfach mit rein hallo ich will den Sattel da drauf haben geh her da geht es geht es was war geht es hier ein bisschen anders ich möchte es nicht mit links klick machen mal guck genau deshalb mal guck genau deshalb äh ich könnte mal ein paar Karottsche höhlen garotten höhlen dann probieren wir es mal mit Karotten vielleicht muss ich dem auch erst was zu futtern geben kann ja schon sein kann ja alles sein wer weiß wer weiß wer weiß ich nicht das war nämlich ganz cool dann äh könnten wir ein bisschen schneller reisen und jetzt wird es schon wieder dunkel wie kann ich denn ein Pferd hier äh äh zähmen kann ich ja einfach die Rüstung anlegen wäre ja witzig äh warum wird es jetzt heller es war doch gerade nacht ah Leute Leute Fragen über Fragen die ich gerne von euch beantwortet haben möchte wie kann ich ein Pferd sämen in der 1.9 und was war noch die andere Frage ich hab keine Ahnung mehr keine Ahnung also das wichtigste ist erstmal Pferdsämen weil wir haben äh hier eine äh die Eisenbahn Reisen Pferder Rüstung und ein Sattel ja genau und diese diese komische ähm diesen dieses Teil womit wir es Pferden anbinden können das muss ich auch noch wissen wie das geht vielleicht findet ihr es äh oder wisst ihr es dann schreibt es doch mal in die Kommentare äh ich werde auch mal gucken ob ich bis nächstes mal raus finde und dann äh bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen bleibt dran vielleicht äh oder macht mir einfach mal ein bisschen Druck wenn keine Videos mehr kommen dann bin ich so ein bisschen vielleicht mehr motiviert auf jeden Fall ähm bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen dass ihr immer noch meine Videos guckt auch wenn ich jetzt mal fast einen Monat nichts gemacht habe ich bedanke mich und verneige mich von euch vielen Dank bis zum nächsten Mal Ciao Minecraft Ciao